Hi, hallo und willkommen zu einer weiteren Episode, vorhin bereits uninteressanter Plauderstunde. Da es Thema zum Pups am Sonntag soll, gibt es noch Hoffnung für das Ratchet & Clank Franchise sein. Was meine ich also damit? Nach dem für mich desaströsen Renamationsversuch auf PS4, welcher mit ziemlich allem brach, was die Serie auszeichnete, sehe ich das Thema sehr pessimistisch. Diese ganzen Umstände von wegen das Spiel zum Film zum Spiel zum Film und Reimagination statt Remake waren mir schon immer sehr suspekt. Im Grunde genommen wäre doch ein völlig neuer Film mit unverbrauchten Szenarien und Story doch deutlich weniger schädlich für die Serie gewesen. Aber nein, es kam eben, wie es kommen musste. Naja, es geht mir nicht darum zu jammern, wie schlecht diese Neuauflage samt Film war, sondern wie man die Serie wieder großartig machen kann. Ich sehe hier zwei Ansätze, um es zu probieren. Satz A, ein echtes Remake von Ratchet & Clank 2. Oder Ansatz B, ein Spin-Off im Ratchet & Clank-Universum erschaffen. Beides hat seine Vor- und Nachteile, die ich noch erläutern werde. Hoffentlich. Nun aber zu Ansatz A, ein echtes Remake von Ratchet & Clank. Also, damit meine ich keinen neuen Kram, außer Grafik und Sound vielleicht. Na gut, vielleicht auch ein paar Änderungen in Flugmissionen, sowie weniger plump offensichtliches Damen-Not-Gehabe um Angela. Aber alles nacheinander. Also zuerst grafische Ästhetik, wie ich es nenne. Das heißt, keine makellos glatten Flächen, strahlende Farben oder Wetteränderung. Eine düsterregnerische Sumpflandschaft soll auch im Remake genauso sein wie gewohnt. Es soll nicht zu makellos heil aussehen und sich damit zu sehr vom Original unterscheiden. Eben nur in Full HD. Und rostig abgenutzt, wie es im Original war, wie ich gerade gesagt habe. Und ganz wichtig ist der nächste Punkt. Das Waffenarsenal. Was hier so wichtig ist? Dass es unverändert bleibt. Ich hätte keine Lust, nochmal Mr. Sirkan zu hören und von seinem Geschwaffe belästigt zu werden. Da sind mir die schweigenden Synthoiden deutlich angenehmer. Auch vermisse ich den Rausschmeißer und die Plasmaspule. Ja, das waren meine Lieblingswaffen. Und das Sternzeichen. Und nun eine weitere wichtige Sache, beziehungsweise Person von Teil 2. Angela Cross, welche als unbekannter Dieb und dann als zweiter Lombax mit Screentime bekannt wurde und half die Story voranzubringen. Und eine meiner Lieblingshilfscharakter war. Na, wie dem auch sei. Wie schon erwähnt, aber würde ich mich freuen, wenn Angela nach der Demaskierung nicht ganz so offensichtlich die Damen-Nöten-Rolle fallen würde. Nur damit Ratchet irgendwas zum Retten hat. Ist es denn so schwer, eine starke Frau in die Serie zu bringen, ohne dabei das heldenhafte Heldenhaftigkeit des Helden zu riskieren? Man hätte es doch auch so drehen können, dass Angela sich selbst befreien könnte aus der Flotte der Halsabschneider, aber in ihrer Schusseligkeit die Aufzeichnung zu der Verbindung von den Halsabschneidern zum Megacorp vergessen hätte. Während der Mission in der Halsabschneiderflotte, bei der Ratchet die Infos am Ende herausbekommen würde, hätte Angela das Hauptquartier der Halsabschneider besucht und hätte so einigen Einfluss auf die spätere Level gehabt, wie beispielsweise das Deaktivieren einiger Kraftfelder und das Freischalten der Kanonen vor dem großen Bosskampf. Denn es hätte mich im Grunde genommen ehrlich gesagt gewundert, warum die einfach so rumstanden. Feuerbereite geladene Kanonen. Na, wie dem auch sei. Bevor man sie also schließlich im Roboter festgesetzt hätte. Eine abfällige Bemerkung vom Chef, der Halsabschneider wäre gewesen. Du hast mir ganz schön Ärger gemacht, Schwester, weißt du? So etwas in der Art wäre doch nicht schlecht gewesen. Na, wie auch immer. Das wäre nicht ganz so offensichtlich gewesen, aber das wird wohl nie so kommen. Eher setzt man die Schere an und schneidet diese Zusammenarbeit ganz raus. Na, genug vom Remake. Nach dem Teil 2016 sind meine Wartungen an ein eventuelles Remake sehr gering. An ein gutes, gelungenes Remake. Hashtag Gadgetron. Auf zu Ansatz Nummer B. Spin-Off in Watchet & Clank Universum. Damit meine ich nichts in Richtung Ku-Op-Käse wie All4One oder Q-Force. Damit meine ich ein richtiges Abenteuer wie Watchet & Clank 2 oder 3. Vielleicht auch Tools of Destruction. Nur eben ohne Watchet & Clank. Also, wie gesagt, ein Spin-Off. Kurz das Abenteuer eines Nebencharakters. Wen könnte ich da wohl nehmen? Hm, schwierig, schwierig. Edwinas Reise durch Solana. Naja, fast. Sie ist so gut in ihrem Job und ich mochte sie in Teil 1, aber... Nur eine Galaxie retten? Hm, ich weiß nicht. Deutlich besser macht sich da in einem Canon von im Söniak angedeutete Reise eine bekannte Lombaxin, von Bogan nach Polaris. Also, das wurde zumindest in... in der Future-Trilogie angedeutet. Es kann allerdings auch sein, dass ich mich wie üblich irre. Was aber im Canon eindeutig feststellbar ist, dass zwischen Max Apogee und einer Angela Cross eine gewisse Verbindung herrscht. Schließlich war dieserjenige, der sie vom Imperator Perseval Tachian gerettet und nach Bogan geschickt hat. Danach hat er den Dimensionator gefunden und in seiner Station versteckt. Danach wurde gesagt, hat er diesen Dimensionator, der von den Vettrom-Piraten gestohlen wurde, wollte er wieder auftreiben. Was danach geschieht, weiß man nicht. Nur, dass er einen Söni-Tempel gefunden hat. Und das war's. Was aber auch später passiert ist, ist, dass Angela irgendwann zwischen Teil 2, nach Teil 2 und der Future-Triologie verschollen ist. Man weiß nicht, ob sie von Perseval Tachian getötet wurde oder zur Welt der Lombaxer gegangen ist. Aber das ist jetzt egal. In einem Spin-Off würde ich das sagen, dass sie in die Lombax-Dimension gegangen ist und dabei ein entsprechendes kanonisches Abenteuer erlebt hat. Zumindest wenn ein Söniag daran Lust hätte. Ich würde zumindest sagen, sie hat den Lombax-Bonus, ist entschlossen, mutig, wenn auch schusslich und trotzdem sympathisch dabei. Das, was manche Mädels in der späteren Trilogie nicht mehr hatten. Also, ich finde ja, darüber könnte man gut nachdenken, ein weiterer waffenschwingender Lombax zu haben. Auch wenn manche Fans das nicht so angenommen haben und es eigentlich laut können, ihren eigenen Headkörnern abgelehnt haben, weil sie angeblich keinen Schweif hat. Naja, das war's dann. Lasst doch ein entsprechendes Feedback da. Empfehlt mich weiter, wenn ihr wollt. Über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Wir sehen uns beim nächsten Pups wieder. Bis dahin und tschüss! Bis dahin und tschüss!